Bericht dem Baron, was du über Anna Stringer erfahren hast. Ah, ok. Hieß seine Frau nicht? Kartei sagt, Flüsterin. Cyrillia akualisiert. Oma. Hieß seine Frau? War das nicht die Anna, die seine... Seine Frau, die wir gefunden haben. Eine dieser Hexen ist seine Frau. Das passt. Hat nicht wirklich aufgepasst, aber... Kann das sein? Hier noch ein paar Trinkende Schlachten. Ertrunkenen Hirn. Ertrunkene Zunge. Wachzunge. Nein. Eindeutig nein. Hier, das ist krank. Wir haben noch Mutagina. Und wir haben einen Punkt. Könnten wir mal... Auf Krafttraining, warum nicht? Ähm... Ich wollte Krafttraining ein bisschen leveln. Und mit dem Mutagina wollte ich nochmal nachgucken. Wo sind die Mutagina drin? Wahrscheinlich bei Karte auch drin. Kleines Blaues Mutagina. Und dann bestimmt irgendwie... Die Charaktere müssen wir uns auch mal nur noch durchlesen. Und gerade aber ja nicht. Alchemie. Okay, wir könnten Tränke herstellen. Das eine Trankrezept, das wir haben. Was ist der Gegenstand bereits? Okay. Ach, noch ein Ertrunkener. Noch mehr Ertrunkener. Ich glaube, ich hau mal ab. Bevor die mich hier noch killen. Die Tränke haben wir hier irgendwo rumliegen. Questgegenstände. Achso, haben wir ja hier. Schade, dass wir den... Dass wir den Zwergschnapps nicht trinken können. Der ist wahrscheinlich so bitter und so... So stark, dass der Beste nur für Zwerge gut ist. Und dass das den... Den Gira nicht aushalten würde. Und gerade in die Richtung... Ich schwimme halt kurz mal rüber. Fährt gut nach. Komm, Plötze. Weiter geht's. Okay, die verpuffen einfach. Ach komm, das kleine Flüsselein. Nebling. Nebling. Als ob. Nein. Weg hier. Und was für ein Loch stecke ich denn unten drin hier? Plötze. Wo steckt der denn? Ach hier. Ne dann. Haben noch Handschuhe hier. Jägerhandschuhe. 5 Rüstung. Eine Rüstung. Okay. Ich tausche mal aus. 1 Rüstung. 13 Rüstung. Okay. Vielleicht können wir dann auch wenn wir beim... Beim Baron wieder sind. Können wir mal hier ein bisschen... Rüstung und... Rüstung und Schwert verbessern. So. Na dann ab zum Baron. Schon wieder einen wundervollen... Sonnenuntergang. Wie weit ist es denn bis zum Baron? Ist es noch weit? Okay. Ferdow ist dauernd ein bisschen gesunken. Bisschen durch den... Bisschen durch den... Ne Markierung anschlagbar. Oh okay. Jägerhandschuhe. Ein bisschen durchtraben. Durch das Dorf. Der hat schon angefangen mit einer SideQuest zu reden. Rost verdeckte seine Rüstung da. Das ist dann wieder so eine... Wir haben es mal versucht mit einer SideQuest hier. Wenn die... Wenn die Hannah aus dem Wald irgendwie... Die wir dann versucht haben... Dieses... Da sind wir noch zu schwach für... Für sowas. Wir können momentan nur kleine Quests annehmen. Als die Hannah aus dem Wald und so... Da komme ich dann später zurück. Wenn wir mal... Ein vernünftiges Schwert mit... Mit Reischlingen Angriff werden haben. Ich glaube ich habe im letzten Stream schon mal was zu gesagt. Der macht keinen Sinn jetzt mit einem 72er... Äh... Mit maximal 72. Ich glaube der hat minimal... 50 irgendwie. Wenn es schlecht läuft... Ist dann noch ein bisschen... Ja... Wenn wir irgendwann mal ein Schwert haben, was... Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Im Minimalwert schon ein bisschen... Reingerüstern haben wir dann... Können wir dann aber mal gucken... Hast du recht, dass der Schwert mit der Rüstung hier... Rechnen durch nichts. Schmied, mach Seino. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Rüstungsreparaturset, hätte ich gerne eins von, oder vielleicht zwei, dann wird es wieder gebrochen. Am Waffenreparaturset hat er nicht, das finde ich, Verbesserung. Irgendwie. Vielleicht mal einsetzen. Okay. 60 Rüstung kostet aber auch 400. Oh Gott, jetzt kann man es nicht nesten. Wow. Dann lohnt sich es darauf zu sparen. Was willst du dafür? Na komm, dann gib her. Du kannst die Rüstung reparieren. Das Schwert kannst du nicht reparieren. Wir müssen mal einen doofen Schmied suchen, der Schwert hat, sogar Schwert hat der Reparatursets. Da können wir zumindest erst mal... 63%. Das ist mal eine Dreiein, oder? 78%. Okay. Braucht man wirklich... ganz hell ist das noch nicht. Das Schwert ist bei 21%, das sollten wir halt wirklich relativ bald mal reparieren, sonst geht es irgendwann kaputt. Und die Rüstung müsste jetzt in Ordnung sein. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Wir haben einiges gesammelt. Und wir doch schade, mit den schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Zeig mir, was du hast. Aber zusätzlich für Schwerter würde ich nehmen. Wenn ich mir dafür mal Geld... den Engel bauen wir selber noch... Asche, Diamant, Fisch, Fistek, das ist nicht Diamant, ich wollte gerade sagen für Diamantstaub, ich will nur einen zahlen, ist das nichts, Abendbruch ist 5 bis 7 Schaden, ok was haben wir hier, das sieht man ja gerade nicht, Stimmt für Armbrustbolzen, lief gar ein Schritt, ich glaube das ist auch nicht schlecht, unser Pferd müssen investieren, Satteltaschen, Sattel, 50 Ausdauer, müssen wir gucken wieviel er momentan hat, dritte Karte, Hexausrüstung gibt es dafür, ok, oha, Völkling hinweisen auf die Karte, um Hexausrüstung zu finden, es müsste auch Schwerter gibt und so, das ist dann, oha, 62, muss man auch gucken ob ich noch was verkaufen kann, zum Beispiel hier den alten Sattel, Trophäe behalten wir erstmal, dann würde ich das doch gerne kaufen, folgen wir mal den Hinweisen, Ansonsten, das Pferd zu investieren wäre auch mal eine schlechte, ein Sattel für bessere Ausdauer, wäre auch nicht gut, auch eine schlechte, guck mal was der aktuelle hat, der aktuelle Sattel, 40 Ausdauer, ok, das wären Upgrades, zeig mir was du hast, 50 Ausdauer, so, statt erstes, das kriegen wir nicht, da brauchen wir mehr Geld, müssen wir später nochmal herkommen, ob sich jemand ein Schwert hat, Rüstungsschmied, hier vielleicht, hier können wir nichts kaufen, ok, ich glaube wir sollten erstmal zum Baron gehen, an der Storz, sind über Anna, wait, das ist Ciri oder was, Tamara Stringer, doch das Building bei Ruins, hier im Garten ist er nicht, ok, das sah aber zuhause, hier waren wir noch nicht, aber die Hexe Ausrüstung sagt, das wäre tatsächlich mal was, ich komme da irgendwie, vielleicht kriegen wir da ein neues Silberschmerz, ohje, ich sollte mal meditieren, ist gar nicht so abwegig, dass wir da ein neues Silberschmerz kriegen, machen wir nachdem wir dem Baron bestimmt gesagt haben, was gab es hier, ok, ich gehe nochmal zum Baron, ein guter Tag, der Baron, ich höre, womit kommst du zu mir? Ich habe Nachricht von deiner Frau. Putz Pestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf, hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt, sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden und das habe ich, mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte, für einen Bastard, nicht? Das stimmt. Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Ja, das denke ich tatsächlich. Ihr Hexe mögt die Welt schwarz-weiß sehen. Wir normalen Leute sehen sie in Graustufen. Wie meine Familie geschieht. Ja, aber du bist halt schwarz. Du bist halt ganz, ganz, ganz dunkelgrau. Nur mal erzähl um mich. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Mit Anni, es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Cedaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etaine erhoben und Volltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front. Von Schlacht zu Schlacht. Verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast drei Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Evan. So ein Hundesohn. Verdammt, verstehst du nicht. Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen. Aber er hat sich jahrelang betrogen. Er hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Er hat nie da. Er hat immer einen Krieg in der Schlacht und kommt besoffen nach Hause am Abend. Wenn er mal da ist besoffen, wenn er mal in den Sinn hat. Ich fand einen Brief. Verständnis. Sie liebe mich nicht mehr und züge mit Tamara zu diesem Wichser. Verständnis für sie. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fass vor. Hannah war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte. Griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles ununterruflich anders. Hannah versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Wurde von ihrem Mann geschlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Warum das sie nur verletzt hat? Warum sie sich nicht schlecht flirrt. Es war ihr gleich. Nach zwei Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen. Hysterie. Vom Mann geschlagen. Hysterie. Der Jahr. Ich meine, im Mittelalter waren die Situationen ein bisschen anders. Die Menschen waren trotzdem dieselben. Es war vielleicht in der Gesellschaft anerkannt, dass du deine Frau schlagen durftest im Mittelalter. Vielleicht wurdest du dafür nicht verurteilt in der Gesellschaft. Aber wenn du deine Frau geschlagen hast, das ist dein Lieber Baron. Das macht es nicht anders. Frau schlagen war auch im Mittelalter. Auch im Mittelalter. Die Frugen waren im Mittelalter auch nicht schmerzlos. Das ist ja... Ja, ähm... Offensichtlich seine Schuld. Du kannst nur dir selbst Vorwürfe machen, meine ich. Sie alleine zu lassen. Was hätte ich tun sollen? Ich war Soldat. Ich hatte keine Wahl. Du hattest immer eine Wahl. Ach, scheiß drauf. Was er sagt. Weil mein Gerede ist nutzlos. Du bringst Anna nicht zurück, das weiß ich. Man hat immer eine Wahl. Wirst du mir verraten, wie sie in den verdammten Sumpf geraten ist? Sie hat mit den Mummen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mummen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen ein Jahr Dienst. Und die Mummen haben auf ihre verschobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mummen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum! Du scherzt wohl! Wir müssen sie retten! Wir können sie nicht dort lassen! Ich muss gar nichts! Mach was du willst, aber ohne mich. Es ist blanker Irrsinn in den Sumpf zu warten und sich mit den Mummen anzulegen. Was soll ich denn machen? Auf dem Arsch sitzen und auf sie warten? Ich nehme ein paar Männer mit und hole sie da raus! Ich habe dich gewarnt. Was du daraus machst, ist deine Sache. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Und schon wieder blind. Ja, fester Bildschirm. Er landete genau vor mir. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Oh, toll. Sirius. Aus den Schatten. Sirius Geschichte. Okay. Wo ist der Basilisk? Wo ist der Wolf? Wo ist der Basilisk? Wo ist der Wolf? Ich hab' doch nichts zu essen, oder? Ich hab' doch nichts zu essen, oder? Uh-huh. Okay, auf den Turm. Oh, Prof spielt Zebra. Was auch immer das ist. Ich komme. Na los, Urenzón. Komm her. Das war gut. Das ist noch besser. Ein Trophäe. Das war gut. 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 Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast. Ich werde das nie vergessen. Ja. Hoffentlich nicht. Hat mich in große Schwierigkeiten gebracht. Was meinst du damit? Ich muss fliehen. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgte... Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Ah, nach Novigrad. Und so war es also. Sie stieg aufs Pferd und tritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Bei 4 seine我有 Face?" Ohne sie war es hier. Ohne sie war es hier ist tragisch. Ohne sie war es hier richtigño. Ich zeige euch, schon mal y壇 aus! Ich Cabotet! Das war eine neue oportunidad!